da ist der typ da wollen wir ja hin aber bis dahin gibt es noch ein paar orte hier ja 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 die typen hier sind level 20 wo das ist ein geheimgang das ist ja noch mehr ja warum ist da was das ein schatz der ist aber der ist aber total es sind schon viele ist ja auch in stufe 2 dingen darf man nicht vergessen die haben was drauf der typ ist sogar level 22 sonst noch jemand hier den ich noch nicht anerkannt habe doch da hier können die dazu nie quatsch gehen wir doch den gehen wir doch hier leicht rein wenn es hier schon einen eingang gibt hier schießen sie zuerst und fragen dann das so gut ist oh gott habe ich noch nicht da ich denke ich glaube ich auch noch nicht so nächster bitte Kann ich auch noch nicht Gott, da kommen neue Das war schon nice Wenn ich einen hier hinlocken könnte Ich decke dich, sei unbesorgt Komm her Beschütze den Neb Da fragt jemand nach seiner letzten Lebenserfahrung Hier kommt keiner lebend raus Niemals Dieser Philakis Da ist er Der eiserne Widder Er ist hier Aber ich will jetzt mal hier alles erledigen Bevor ich mich um den kümmere Aber er reitet eh wieder weg Oh Gott 20 Eisen Willst du mich verarschen Ich hätte Vergiften müssen Wenn ich den erwische Kann ich den alter Nee Komm jetzt raus Wenn du die Eier dazu hast Ich finde das so geil Ich habe jetzt den einen vergiftet So dass ich damit darum Hey was Ach komm her Ach komm her jetzt Hier Hier Am besten auch nochmal Verwesungsgift Fertig Sucht er mich da extra Echt da drin Ah stimmt Ah stimmt Hier Ich habe jetzt Leichen Die habe ich vergessen zu vergiften Hier Oh 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 no oh Gott war das knapp Scheiße ich muss hier weg Wer sich mit uns anlegen will wird sich ganz schön umgucken Wir darfst nicht hier sein Hey Hab dich BAMS So Nächster bitte Na geh wieder hoch Ich brauch die Pfeile Oh er hat mich gesehen Er steckt mich aber Er wird kommen Hoffe ich Komm komm hier rein Jawoll Er sieht mich nicht mehr Er weiß Nicht wo ich bin Ich kann mich kaum an ihn anschleichen Doch hier jetzt Komm schon Komm schon Komm schon Alter Ist dein Ernst Oh der hat Der hat Der hat Schnelle Klingen Gott Du scheiß Wagen Komm her Ach verdammt Was eine Range Hat der denn Den kleinen Fickdinger Die Frage ist Soll ich da nicht lieber Was Großes nehmen Mit einer Größeren Range Und ich glaube Ich nehme da Was Größeres Hauen und stechen Nee Nee Die Sichelschredder Blei Halt Ich Jump Hier Klinge der Unsterblichkeit Ob ich die mal Hochleveln sollte Schneideraxt Nee Da hole ich mir Lieber was Besseres 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 Oh ich kann meinen Hier Verbessern Köcher erhöht Yeah Ich kann nur noch Ein Pfeil Bekommen Dafür brauch ich noch 10 Silber. Das war's dann. Okay. Dann mach ich die weiter. Die waren ja schon fast fertig. Da kam der Pisser. Den wollte ich unbedingt haben. Noch bevor ich das hier mache. Natürlich. Vielleicht kommt dieser Philakis. Der wird da. Ah, hier sollte ich unentdeckt bleiben. Hey! Zwei Scherzer. Äh, bitte was? Äh, bitte was? Oh Gott. Das war knapp. Du siehst mich nicht. Soh. Soh. Was ist das? Was ist das? Was ist das? Was ist das? Komm her! Komm her! Komm her! Komm her! Komm her! Dreh dich nicht um, 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 Wir machen ihn fertig. Du wirst looten. Hörst du? Ich bring dich um. Bitte was? Nur noch den Schatz. Das schaffen wir. Und dann gehen wir mal, endlich. Ich wollte ja eigentlich den Dingens machen. Oh Gott. Scheiße. Da waren welche, die ich noch gar nicht gesehen habe. Die kommen, die sind neu. War der nicht? Der ist ja schon eine ganze Weile. Nein, ich habe ihn kontrolliert. Wir sehen natürlich die ganzen Leichen. Die ich natürlich nicht verstecke. Komme ich da auch irgendwie rein, ohne entdeckt zu werden? Hoffentlich. Oh, der ist zu dick. Oder der nicht. Zack. So, habe ich den Schatz. Jetzt kann ich hier raus. Es ist mir doch scheißegal, ob sie mich entdecken oder nicht. So, wo ist jetzt der Philakys Typ? Der ist da. Ich gehe aber noch, ich gehe aber noch diese Dinger hier abchecken. Die Doppelattentate sind irgendwie komischer. Als in den Vorgängern. Naja. Kettenattentat halt. Kann einen anderen Gegner dann so am besten ausschalten, der in der Nähe ist. Oh Gott, der ist ein dicker. Mit dem will ich nicht unbedingt kämpfen. Glück habt ihr nicht in unserem Schatten? Ja. Werden mitnehmen, gibt Geld und so. Da kann er ja auch zu Fuß laufen. Ich glaube, ich weiß, was da ist. Ein weiteres Lager oder eine Kisten? Kistenort. Pyramidenanleger. Ist hier nur eine? Ich bin auch gleich wieder weg. Tschüss. Tschüss. Macht's mal gut, Banditen. Oder was auch immer. Oder Wächter. Genau, Wächter seid ihr. Ich bin auch nicht in der Nähe ist. 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 Ich bin auch nicht in der Nähe ist.